hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge minecraft heute sind wir wieder ohne stream und ohne kompagnos denn das wird noch manchmal passieren wenn wir es glaube ich im live stream spielen als ich werde minecraft auch wieder im stream spielen deswegen wundert euch nicht wenn hin und wieder mal die cam aufploppt schauen wie oft dies machen werde ich weiß es noch nicht das wird wieder alles sehr sehr spontan aber alles wieder ein bisschen lockerer die musik auf meinen ohren ist so knallelaut alter ja ich habe die sieger ungefähr auf das doppelte als sonst kann man das zu laut ist sagen wir waren heute immer noch unsere insel hier ab damit er die schleime nicht mehr runter droppen und wieder noch höchstwahrscheinlich keinen scheiß schatten haben wenn die sonne doof steht deswegen machen wir das jetzt einfach so das ist schade dass die erde leider die erde ist oder dieses komische schleim dirt zeug sonst könnten wir die direkt unten für unsere insel im see nutzen schade dass wir die künstlich anlegen dass es gibt ich habe überlegt ob ich eine seed nehme aber wollte mich dann doch eher überraschen lassen was hier so alles gibt und ich finde wir sind mit dem kirschblüten biome jetzt doch eigentlich schon schon gut dabei finde ich könnt mir auch gerne immer schreiben wenn ihr ideen für gebäude habt oder was wir mal machen sollen dann schaue ich ob sie das umsetzen lässt aber wir gehen diesmal hier weg von so so dörfern wir bauen einfach hübsch und was wir wollen ich vermisse tinkers construct und meine ganzen maschinen das ist natürlich das rauchigste an der ganzen sache dass diese ganzen maschinerien und automatisierungen die ich schon hatte nichts mehr übrig muss man alles wieder von vorne machen aber gut kriegen wir hin das können wir natürlich die musik ultra leise vor bei euch dürfte die auch laut gesucht halber alter ich will nicht in die hundeschule wenn es so regnet das ist ja richtig ätzend das ist ja wirklich die haben wir nur gelände draußen wir haben ja kein innen gelände wenn ich jetzt nicht falsch bin können ja auch schlecht in den wald gehen da regnet es genauso das kann man auch noch keine nachricht dass es ausfällt ich kann mich nicht daran erinnern dass ich deine in den raum gesehen hätte aber stimmt wie machen die das eigentlich im winter so verwehrt guck mal ach so ja ich sollte das vielleicht dann auch abfragen ich muss dann hinter uns auch die das hier abbauen ich weiß warum erwischen wir auch direkt zu anfang so eine riesen kacke insel weißt du 90 prozent der inseln spawnen einfach nichts drauf weil sie zu klein sind und wir kriegen jetzt hier diese eine einzige insel ich weiß gar nicht wie weit die anderen schon sind ich weiß auch gar nicht wo sich die niedergelassen haben ich habe glaube ich keinen keine waypoints gesetzt ich weiß auch gar nicht wo sich die niedergelassen haben ich weiß nur dass lila irgendwo da oben ist ich weiß nur dass lila irgendwo da oben ist dann bin ich so wieder zwei wochen reinsuchten aber dann wirklich stundenlang und dann einfach für ein halbes jahr nicht mehr anfassen aber dadurch dass ich das let's play aufnehme und immer wieder so ein paar tage nur oder alle paar tage nur ein bisschen spielen kann dann sieht sich diese sucht wie man gemerkt hat vielleicht in den vergangenen tausend folgen die von diesem spiel schon online sind auf meinem kanal ist das hier ein bisschen anders aber mit bots gibt es einfach viel zu viel zu entdecken und vielleicht setzen wir uns hier direkt von anfang an sowas wie thumbcraft und gehen wir weg von unserem standard beginnen den ich immer mache oder mit was habe ich nur forestry vielleicht gehen wir auch einfach mal in forestry rein ja beim letzten mal auf also letzten season ähm der ist ja auch nur angeschnitten und eigentlich war forestry ganz cool die sind noch nicht so viel gekommen so wie viel habe ich denn dann noch warum frage ich eigentlich ich weiß auch nicht ob ich privat spielen soll auf dem server also dass ich hier einfach so verkloppe arbeit teilweise auch offline dann mache oder ob wir wirklich alles hier im let's play machen ich weiß es noch nicht ich glaube das ist so ein on the fly ding so ich könnte eigentlich nicht dein ernst dass ich jetzt auf diesem scheiß kleeblatt gibt gelandet bin ich weiß es ISO So ein Arschloch-Spiel Ist der Wahnsinn Scheiß Lillipett Kackdinger Was bist du eigentlich? Greifst du an? Aua 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 Oh mein Gott Oh mein Gott, die sind ja zu zweit Mach das doch nicht Alter Ja, die sind böse Für euch getestet Scheißviecher Brauch schaufeln Weiß ich, ob ich genug Eisen habe für Schaufeln Ist hier noch was drin? Nee Hier noch? Oh Gott Die Sachen sind kleiner als Bei den anderen Spielen Ne Oh, moin Ich vermisse ein bisschen auch mein Bonn-Hit-Schwert Das ist Aluminium Oh Entschuldigung Ich wollte dich nicht aufwecken Ich musste mich aber umsetzen Okay Ähm Essen Und dann brauche ich Eisen Ab in die Höhle Vielleicht sollte ich warten, bis ich aufgeheilt bin Wäre das so eine Idee? Ich glaube schon Warte ich deswegen Ähm Äh 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 Hallo Okay Moin Hab ich gerade nicht gesehen Wo bist du denn jetzt? Aua Aua Oh Guten Morgen So Oh Ich glaube da geht es zu der Höhle, wo ich schon war Bin mir aber nicht sicher Ist nur so eine Vermutung Okay Wackeln immer rechts Wenn sie beim rausgehen immer links sind Okay Geht es noch weiter runter Es ist super verwinkelt hier Da waren letztens mal so viele Monster Das wäre mir nicht weitergegangen Ich möchte eigentlich nur ein bisschen Eisen Und so Es wird gebissen Es wird aber also gekaut mehr Achso Das ist übrigens immer random Kommentare zum Hund Deswegen nicht muntern Nicht ich fange auf einmal an zu beißen Irridium Irridium Ja klar Warum nicht So So Hier nochmal Beeren essen Dann heile ich vielleicht nochmal ein bisschen Irridium Ich kenne diesen Orberry Bush gar nicht Ich habe auch nochmal ein bisschen Eisen Aber auch nochmal ein bisschen Eisen Nice 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 Gut dass wir noch weitergegangen sind War ich jetzt so Bock auf Mackie Das ist schlimm So Halt Aluminium Na gut Machen wir mal was anderes Ich hätte jetzt gern so Ich hätte jetzt gern so Iron Orberry Bushes Die könnte ich gebrauchen Guck mal Nice So Da geht's raus Da ist Kohle Warum habe ich die denn noch nicht mitgenommen Hat das einen Grund? Nein Ja ja Schieß nur auf mich Aua Warum stehst du denn jetzt da? Ich kann kurz pennen Mann Ich glaube hier hätte ich einfach ganz normal Finde ich den Ernst Och ihr seid doch alle Warum bist du so spiel? Aua Du bist so ein Warum bist du so spiel? Was zum Teufel habe ich dir eigentlich getan? Das sind zwei Was habe ich dir eigentlich getan? Was habe ich dir eigentlich getan? Ah ich habe da noch Berries Okay Und Matten Kann ich schon mal da reinschmeißen Das Spiel macht mir den Einstieg nicht wirklich leicht Wie lange bin ich denn noch? Wie lange bin ich denn noch? Wie lange bin ich denn noch? Das sind auch noch Ananas Die bringen auch relativ viel Ist doch nur die Insel abbauen sagen sie mal halt sagen kann es behalten ich mein holz schwert nicht mehr wir doch relativ zügig und schwer schwert gemacht besser als nix ich glaube deine pups kann nicht schlafen für die zähne so wehtun als wenn die sich die ganze zeit heilt das spiel ist scheiße als wenn die da rauskommt als wenn die da komplett rauskommt ist voll die blöde kuh als wenn die jetzt kommt kommt tatsache noch auf doch auf doch auf wann bist du denn jetzt so aggro zu mir weg jetzt einfach hier wieder rein wir waffen mit meiner spitzhacke so jetzt gehe ich wieder ich habe mein eisen also findet ihr mich alle mal jetzt genau kripper gesundheit hinter mir so blöde kuh jetzt will ich sehen wie du dich wärst danke fürs essen da ein ohr so habe es die gießt zack zack tauchte jetzt rennen wieder auf mich hielt mich auch mal da so die spitzhacke brauche ich gar nicht die hier brauchen ist so so so